Ciao a tutti! In diesem Video erkläre ich euch die italienische Aussprache, la pronuncia italiana. Grundsätzlich wird das italienische so ausgesprochen, wie es auch geschrieben wird. Und das ist sehr, sehr praktisch. Die Betonung liegt dabei meist auf der vorletzten Silbe eines Wortes, es sei denn, die letzte Silbe des Wortes wird mit einem grafischen Akzent betont. Dazu kommen wir aber später noch. Und dennoch gibt es, wie ihr euch vorstellen könnt, ein paar Besonderheiten. Und die schauen wir uns jetzt näher an. Ich habe euch hier eine Tabelle eingefügt, da seht ihr links die Buchstabenkombination, in der Mitte seht ihr, wie die Buchstabenkombination ausgesprochen wird, also wie man es im Deutschen aussprechen würde, und auch ein Beispiel. Ganz wichtig sind einmal die Buchstaben C und G. Wenn die nämlich mit einem I oder einem E kombiniert werden, dann werden die anders ausgesprochen als im Deutschen. Also C-I und C-E werden ausgesprochen wie C-I und C-E, zum Beispiel wie in Tschechien. Und Beispiele wären zum Beispiel Ciao oder C-E-N-A. Ciao ist natürlich Hallo oder Tschüss und C-E-N-A ist das Abendessen. Und G-I und G-E, die werden ausgesprochen wie G-I und G-E, wie in Dschungel. Es ist ein sehr feiner Unterschied, aber ihr merkt das auch, ihr könnt das mal selbst probieren, wenn ihr eure Hand auf euren Hals legt und wenn ihr jetzt versucht mal C-E und einmal G-E. Der Unterschied ist, dass bei G-E sollten eure Stimmbänder vibrieren, bei C-E, also Tschechien nicht. Das wäre der Unterschied. Und Beispiele wären zum Beispiel Luigi und Gelato. Also ihr kennt alle von Super Mario Luigi, da sagt ihr natürlich auch nicht Luigi. Oder ihr kennt Gelato, das Speiseeis. Aber jetzt kommt, wenn wir zwischen diese zwei Buchstaben, also zwischen dieses C und I oder C und E oder G und I und G und E, wenn wir da dazwischen ein H einfügen, dann wird es hart ausgesprochen. Also wirklich wie ein K oder wie ein G, so wie im Deutschen. Also C-H-I oder C-H-E wäre dann Ki und Ke. Zum Beispiel im Italienischen schreibt man Kilo mit C-H-I oder Kyuso. Kyuso bedeutet geschlossen. Dasselbe gilt auch für G-H-I und G-H-E. Das wäre dann sowas wie Gießkanne, also G. Zum Beispiel ihr sagt alle Spaghetti und nicht Spagetti oder Fungi und nicht Fungi. Fungi heißt Pilze. Also noch einmal. C-I und C-E heißt Ch. G-I und G-E Dsch. Wenn wir aber zwischen diese zwei Buchstaben jeweils ein H einfügen, dann haben wir bei dem C-Laut ein Ki bzw. Ke und bei dem G-Laut ein Ki bzw. Ge. Das H ist also ein Hartmacher. So kann man sich das ein bisschen merken. Die nächste Buchstabenkombination, die etwas speziell ist, ist S-C-I bzw. S-C-E. Und zwar wird das ausgesprochen wie Ski und S-E, so wie in Schirm. Zum Beispiel Skiare, das heißt Skifahren oder Schelter, die Auswahl. Und auch hier gilt wieder, fügen wir hier zwischen dem C-I oder dem C-E ein H ein, dann haben wir S-C-E und Ski, so wie in Skelett. Zum Beispiel die Insel Ischia oder Scherzo, das wäre der Scherz. Also bitte nicht verwechseln, S-C-H im Italienischen wird nicht als Sch ausgesprochen, sondern als Sk. Hier habt ihr es auch noch einmal. S-C-I und S-C-E entspricht dem Deutschen Sch-Laut, also Schi und Schä. Fügt man aber hier und hier ein H ein, dann haben wir Ski und Ske. Denn wie ihr wisst, H ist ein Hartmacher. Und hier sind noch weitere Buchstabenkombinationen, auf die wir achten müssen. G-N, das wird ausgesprochen wie Nj. Ihr macht das zum Beispiel alle automatisch bei Lasagne oder Cognac. Oder ihr kennt auch alle Bologna oder Gnocchi. Also bitte nicht Knoji oder Knocchi oder irgend sowas, sondern das heißt wirklich Gnocchi. Das höre ich nämlich ganz oft von meinen Schülern, dass das falsch ausgesprochen wird. Das heißt wirklich Gnocchi. G-L-I wird ausgesprochen als L-I. Und das ist ein Laut, den gibt es im Deutschen eigentlich nicht wirklich. Aber es gibt zum Beispiel im Wort Million, dieses L-I. Das hört man, das klingt ein bisschen seltsamer, aber das ist dieses L-I. Zum Beispiel Familia oder Bottiglia. Also die Familie und die Flasche. Was auch noch wichtig ist, ist, dass SP wirklich als SP ausgesprochen wird, so wie in Lispeln. Und nicht als SP. Zum Beispiel im Deutschen würden wir sagen Sport. Im Italienischen sagen wir Sport. Oder im Deutschen sagen wir Spaghetti. Im Italienischen sagen wir aber Spaghetti. Also keinen Sch-Laut. Wirklich SP. Dann das Q wird im Italienischen wirklich als K-U ausgesprochen. Also wirklich wie in Cousin. Deutschsprachige Lerner tendieren oft dazu, dass sie sowas sagen wie Quattro oder Quando. Das ist nicht korrekt, sondern das heißt wirklich Quattro oder Quando. Hört ihr das? Also Quattro, Quattro. Quando, Quando. Da ist ein Unterschied, wenn ihr das hört. Das meine ich damit. Und auch wichtig, das H im Italienischen ist immer stumm. Also wenn ihr am Wortanfang ein H habt, dann wird das einfach nicht ausgesprochen. Das wird so getan, als wäre das gar nicht da. Und das klingt dann oft ein bisschen lustiger. Sowas wie Ai oder Hotel oder Obby. Also hier sehen wir es nochmal. Gn haben wir Gli. Gli. SP SP. Das Q wird wirklich als Q ausgesprochen und nicht als Q. Und das H ist stumm. Und zu guter Letzt noch Zwielaute. Also sowas wie OI, AU, AI. Die werden im Italienischen einzeln ausgesprochen. Also im Italienischen sage ich nicht Euro, sondern Euro. Oder Paese oder Paese wäre das Land und Paura wäre die Angst. Also nicht Paura, sondern Paura. Also im Deutschen sagen wir das in einem Schwung, sozusagen AU. Hier einzeln. AU. Paura. Euro. Paese. So und das war es auch schon im Großen und Ganzen. Hier seht ihr nochmal die ganzen Aussprachregeln im Überblick. Also C, G und SC werden zu Zischlauten, wenn sie mit I und E kombiniert werden. Also sowas wie Chi, G oder Sch. CH, GH und SCH sind keine Zischlaute. Durch das H werden sie hart ausgesprochen. Also als K, G oder Sk. Gn und Gli werden anders ausgesprochen als im Deutschen. Nämlich ñ und Gli. Das Q wird im Italienischen als Q ausgesprochen und nicht als Q wie im Deutschen. SP wird im Italienischen als SP ausgesprochen und nicht als SP wie oft im Deutschen. Das H wird im Italienischen NI ausgesprochen. Und treffen zwei Vokale aufeinander, werden sie einzeln ausgesprochen. Also eben sowas wie Euro, Paese. E adesso tocca avoi. Jetzt seid ihr dran. Ich habe hier einige Wörter mitgebracht. Versucht diese Wörter korrekt auszusprechen und ordnen sie dann dem entsprechenden Kästchen zu. Also was wird als K ausgesprochen, als als G, als als CH, J, N, Gli, Sk und Sch. Die Lösungen zu diesem Beispiel findet ihr in der Videobeschreibung. Und nun möchte ich noch ganz kurz, weil es hier gerade hineinpasst, auch noch auf die Aussage und Fragesätze näher eingehen. Der Satzbau des Aussagesatzes und der des Fragesatzes unterscheiden sich im Italienischen für gewöhnlich nicht. Achte beim Formulieren einer Frage auf die Aussprache und hebe die Stimme. Zum Beispiel, du heißt Luca und heißt du Luca? Im Deutschen haben wir bei einem Aussagesatz, das heißt das ist ein Satz mit einem Punkt, haben wir eine Verbzweitstellung. Das bedeutet, dass das Verb an zweiter Stelle steht. Du heißt Luca. In einem Fragesatz haben wir eine Verberststellung. Das heißt, dass das Verb am Satzanfang steht. Also wie ihr seht, heißt du Luca? Da ist das Verb jetzt am Satzanfang. Im Italienischen unterscheiden sich Aussage und Fragesätze hingegen nicht. Die sehen wirklich ganz genau gleich aus. Und deshalb müssen wir auf unsere Stimmlage achten. Also wenn ich sagen will, du heißt Luca, dann sage ich wirklich Tikiami Luca. Also meine Stimme geht nach unten. Wenn ich aber eine Frage stellen will und sagen möchte, heißt du Luca? Dann muss ich die Stimme nach oben heben und sage Tikiami Luca. Die Pfeile sollen das auch verdeutlichen. Und zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf die grafischen Akzente, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Und zwar gibt es manche Wörter, die werden mit einem grafischen Akzent betont. Zum Beispiel Cita oder Perke. Und wie ihr hört, werden diese Wörter wirklich auf der Silbe betont, auf der der Akzent liegt. Also bei Cita wäre wirklich hinten der Akzent. Deswegen sage ich nicht irgendwie Cita oder so, sondern Cita oder Perke. Und manchmal dient der grafische Akzent auch zur Unterscheidung von manchen Wörtern. Zum Beispiel E heißt und. E ist er, sie, es, ist. Oder sie heißt sich und man und sie heißt ja. Das heißt im Italienischen gibt es wirklich auch Wörter, die bestehen nur aus einem Buchstaben. Das gibt es im Deutschen nicht. Und die werden dann oftmals auch durch einen Akzent von einem anderen Wort unterschieden. Das war's mit diesem Video. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Ich versuche dann darauf zu antworten und euch noch etwas näher zu erklären. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Ci vediamo ragazzi. Bis zum nächsten Video.